Es geht um die Mittel- und Oberklasse und auch da gab es fantastische Autos, die wir in Valocco fahren durften. Zu uns kommt der CEO von Jaguar und Land Rover, Ralf Spitt. Und in der most competitive Premium-Segment, das bedeutet etwas spezielles für uns. Ich bin sehr stolz auf dem Team, der so ein sehr erfolgreiches Fahrzeug geliebt hat. Eine totally neue Engine-Familie, die Ingenium-Engine-Familie, die wirklich klasse-leading ist, kombiniert mit dem Körper aus Aluminium, Lightweight, Architecture und mit einem wirklich unglaublichen Schuss. Everything, der Körper, in der besten Design und Stilie. So es ist ein Package, das am Ende des Tages ist wirklich ein sehr gewinnen. Ich bin sehr stolz, um die CEO von einem unglaublich kreativen Team zu sein. Und ich muss nur sagen, vielen Dank, Team. Job well done.